Hallo Leute und ich zeige euch das Review von Sidescrack. Es ist hier ein Nerfter. Wie man sieht, ist es ein Zombiestrack. Das Party stand da. Ich kann es super ziehen. Und es kommt sehr weit. Ja, aber es gibt aber auch etwas dummes. Das ist, dass es hier ein schönes Logo ist. Schön, nicht. Es ist richtig schwer hinterzuziehen. Zum Beispiel das Gwang ist nicht so schwer. Und immer wenn man schiesst, muss man eine neue Neue reinmachen. Natürlich ist es praktisch, dass man das in so einem Teil reinmachen kann. Man steckt es einfach in eine Hosentasche. Und dann kann man es so reinmachen. Hier kann man einen reinlegen zum Schießen. Hier noch zwei. Und hier noch vier andere. Aber wenn man es kauft, gibt es nur sechs Moditionen, die man bekommen hat. Hier eine. Hier zwei. Hier zwei. Hier zwei. Und hier nur eine. Das war das Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Liked es bitte. Und abonniert uns. Wir sehen uns jetzt wieder im Schusstest. Tschüss.